Herzlich Willkommen bei Brenton Mundorffs AsthmaPhysik AstroTV. Im letzten Video hatten wir über den Überriesen Antares gesprochen und da hatte ich gesagt, dass man von Mitteleuropa aus diesen Stern im Sommer gut beobachten kann. Ich habe mir schon bereits die Koordinaten 52 Grad nördliche Breite voreingestellt. Da man nämlich sagt, dass man von Mitteleuropa aus, was etwa dieser Breitengrade entspricht, am Tag im Sommer gut beobachten kann, habe ich eine gute Nachricht. Das wäre in Amerika und in Asien bei derselben Breitengrad genauso, weil die Lenkgraden hier keine Rolle spielen. Also bald Nacht in den USA oder Nacht in Asien ist, lässt sich der Stern dann im Sommer ebenfalls gut beobachten, wenn man es in etwa bei derselben Breitengrade aufhält. Jetzt starten wir einfach mit der Simulation. Wir haben jetzt den 6. Mai. Antares geht auf, also wann geht Antares, aber mal gleich sehen. Circa um 10 Uhr und ab um 11 wird man dann Antares gut beobachten können, weil dann der Stern schon bereits ein Höhenwinkel von ungefähr 7 Grad hatte. Es sind schon bereits 12 da. Antares um halb zwei am 7. Mai seinen Höhepunkt erreicht. Daher so ab um 11 Uhr gut beobachtbar, weil sonst ist es noch zu nah am Horizont. Und dann könnte man nur auf hohen Bergen zum Beispiel, wo man direkt auf dem Horizont schauen kann, den Stern beobachten. Wenn man jetzt weiter guckt, geht Antares gegen um 4 Uhr unter, wird aber schon davor durch die Sonne überstrahlter Sonnenaufgang haben. Jetzt gehen wir mit der Zeit ein bisschen zurück und gehen einfach mal jetzt einen Monat vor. Also man sieht, Antares geht dann schon immer früher unter. Ist zwar immer noch nachts gut sichtbar, aber es geht schon immer früher unter. Sieht man nämlich hier, abends um 11 Uhr gut zu sehen, Höhepunkt direkt nach Sonnenuntergang. Mit den 12 Grad über den Horizont, weil das ist immer das gleiche bei einer Stern, was sich auf diesen breiten Graten befindet. In Oktober, in September wiederum kann man Antares das dann nur noch kurz nach dem Sonnenaufgang kurz beobachten, da davor der Stern überstrahlt wird, ich meine der Sonnenuntergang, da der Stern sonst überstrahlt wird und im Dezember wäre dann der Stern nicht mehr zu sehen. Weil dann geht Antares tagsüber auf und mit der Sonne gemeinsam unter. So ab Februar ungefähr kann man dann den Antares wiedersehen in den frühen Morgenstunden, so um 6 Uhr herum, bevor eine Sonne aufgeht, weil es dann wieder überstrahlt wird. Dabei stellt sich die Frage, warum haben die Sterne zu unterschiedlichen Jahreszeiten dann auch solche unterschiedlichen Positionen am Himmel? Also, die Erde rotiert einmal in 23 Stunden 56 Minuten um sich selbst. Daher stehen die Sterne alle 23 Stunden 56 Minuten an derselben Position am Himmel wie am Tag davor. Das Ganze werden wir jetzt einfach mal beweisen. 1 Uhr 28, der Stern hat jetzt diese Position am Himmel. 6 Grad 46 Bogenminuten. Und jetzt gehen wir einfach mal einfach mal einen Tag vor. Und da es ja alle 23 Stunden 56 Minuten sind, ist natürlich davon auszugehen, dass dann der Stern am nächsten Tag nicht um 1 Uhr 28, sondern schon bereits um 1 Uhr 24 dieselbe Putze am Himmel hat wie am Tag davor. Wieder 6 Grad 46 Bogenminuten. Und das geht immer so weiter, immer so weiter. Aber mal gucken, ob man jetzt Antares auch von anderen Breitengraden beobachten kann. Bei 60 Grad nördlicher Breite zum Beispiel, da brauchen wir das jetzt nicht allzu sehr auszuprobieren, weil da ist Antares höchstens nur sehr knapp über den Horizont im Sommer und da kann man den Stern kaum sehen. Aber bei 25 Grad nördlicher Breite, da ist der man geht, desto höher ist dann der Stern am Nachthimmel, wenn es dann Höhepunkt erreicht. Und da sieht man schon bereits Antares schon ziemlich weit oben. So, da erreicht Antares dann Höhepunkt bei 36 Grad über den Horizont. Der Stern ist in April gut sichtbar. Im Mai, im Juni, im Juli ebenfalls gut sichtbar. Wie zum Beispiel im Juli lässt sich Antares sie sehr prima um halb elf beobachten, aber auch nur Stunden davor und Stunden danach. September zum Beispiel nach Sonnenuntergang ist Antares für eine kürzere Zeitspanne sichtbar. Aber da es einen hohen Winkel hat, funktioniert das dann prima. Januar, wir sehen das jetzt aber Dezember aus. Ist Antares dann auch schon bereits im Dezember sichtbar? Eventuell... Nee, überhaupt nicht. Aber Januar ist dann Antares wieder sichtbar. Also man sieht, bei 25 Grad nördlicher Breite kann man Antares an vielen Monaten im Jahr schon bereits gut sehen. Wir sehen jetzt das Ganze bei 52 Grad südlicher Breite aus. Wir hatten 52 Grad nördlicher Breite. Jetzt schauen wir uns 52 Grad südlicher Breite an. Da kann ich schon mal so viel sagen. Bei 52 Grad nördlicher Breite hatte Antares bei 12 Grad über den Horizont seinen Höhepunkt bei ungefähr minus 60 Grad seinen tiefsten Punkt. Und bei 52 Grad südlicher Breite ist es genau andersherum. Das heißt, er erreicht Antares einen Höhepunkt von bis zu 62 Grad ungefähr über den Horizont. Er hat gesagt, je südlicher man geht, desto höher ist der Stern am Nachttippel. Und das würde nämlich bedeuten, dass der Stern extrem lange über dem Horizont steht. Wie sieht das jetzt im Januar aus? Also im Januar ist Antares auch schon bereits sichtbar. Wir wollen Januar haben und nicht Mai haben. Was soll denn das jetzt? Also, da ist Antares schon vor dem Sonnenaufgang kurz sichtbar. Wenn man zum Beispiel jetzt keine Luftverschmutzung hat. Im Februar definitiv. Im März ebenfalls. Im April ist Antares auch sehr gut sichtbar. Im Mai, Juni, Juli, August. Und das ist alles so auf 2 Uhr nachts eingestellt. Aber um Mitternacht kann man Antares ab August dann auch wiederum sehr gut beobachten. September, Oktober ist Antares schon weg um diese Zeit. Wir gehen mal zurück. Aber bis um 10 ungefähr dürfte das kein Problem sein. Also man sieht, Antares ist in dem Falle nahezu ganz jährlich beobachtbar. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil im Vergleich zu unseren Breitengraden. Weil das sind nur wenige Monate. Bei 2,50 Grad südlich breit ist es fast ganz jährlich. Und das Interessante nämlich ist, man sieht nämlich Antares einerseits tagsüber sehr lange. Wenn es nicht von der Sonne wird überstrahlt werden, was über den Horizont steht. Und dann gleichzeitig ist das auch nachts sehr, sehr lange sichtbar. Am besten lässt sich das so in April ungefähr zeigen. Antares geht auf, erreicht seinen Höhepunkt bei Sonnenaufgang. Und tagsüber wäre der Stand immer noch über den Horizont. Gut, das war ja so ein Fun-Fact. Ich hatte nicht viel zu sagen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen.